Hä? Ich hab doch zwei bekommen. Wie geht das? War wohl eine Täuschung. Was für eine Täuschung? Braucht Wasser. Ich hab doch nachgeladen gehabt. Gut, wir haben ja Zeit. Ach mein, du warst doch gerade perfekt. Immer noch nicht. Warten Sie mal kurz. Ich hab hier gerade ein leichtes Feuerproblem. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit mir in den Kabinen. Wir sind zu Hause. Nach der Tour von gestern werden wir auch erstmal hier die Villa machen und so. Die Frage ist jetzt ja, darf hier in Bäume, darf hier in Bäume? Ich müsste eigentlich jetzt mal kurz da rüber. Ich hab das jetzt auch hier schon umgestellt, dass wir hier schön Rinnen lagern können. Wollen wir mal kicken. Vor allem, wo ist denn Olle Calvin hin? Äh, da ist... Ist das Oschi da? Er ist total strange, ist das? Ja, wie gesagt, ich bin da nur überlegen, ob ich das denn halt vielleicht im Winter noch hier rüber ziehe. Weil, wie gesagt, ist bloß eine Frage der Zeit. Dann wird der Wind da hoch wieder kommen. Ganz sicher. Ähm, gut, jetzt werden wir erstmal hier ein paar Bäume klauen. Wie gesagt, hier sind sie größer. Ja, da drüben sind da bloß so zwei, so, zwei, drei, vier Stämme und dann ist es aber auch Feierabend. Hier kriegst du eins wie SC mehr raus. Stämme. Stämme, Calvin. Das sind Stämme. Ja, ja, die hier rumrennen sind schon Stämme. Ja, ja, das verstehe ich. Boah, jetzt müssen wir das bloß noch dann rüberholen. Dann muss ich die hintere Seite abrichten. Shit, Platz! Äh, und ich hab will da was vergessen. Ach, shit. Ich hab den Tipp bekommen, ich soll doch... Es wäre möglich, den Schaden zu deaktivieren. Häuser, technischerweise. Ah, das wollte ich eigentlich machen. Hab ich's aber will da vergessen. Scheißendreck. Na ja, gut. Solange ich hier bin, müssten sie eigentlich denn überhaupt hierher kommen, ne? Also, das Dach müssen wir fertig kriegen. Dann müssen wir die Brücke fertig kriegen. Aber wir haben noch so viel. Dann muss ich oben noch das Gestell fertig machen. Die Lampen müssen wir dann hochsetzen. Haben wir ja ein paar gefunden. Wie gesagt, ich bin jetzt so hoch. Ah, unten haben wir jetzt so... Oben muss ja auch beleuchtet werden. Also, bringt der eine Sprennen oben... Äh, unten beleuchtet ist, aber... Oben nicht. Gehe ich's da? Hab ich's nie gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Oh, das wär zu radikal, wa? Ich glaub, das wär zu radikal. So, äh, na denn. Ist doch pissig. Immer noch pissig. Komm mal hier. Ne, ne. Ey, du hast jetzt doch schon zwei Fale abgekriegt. Na? Hat's gereicht? Ich glaub mal, ja. Ne, was? Schmeiß die in, oder wat? Zeig dich, ich schmeiß zurück, du Penner. Womit, mal hat der wat fallen lassen? Ja. Ein Teschlein hat er fallen lassen. Jetzt ist es meins. Haha. Chriset nicht mehr wieder. Er findet, darf's behalten. Wie gesagt, eigentlich sollte ja Bob nur, äh, durch Unsterben können. Aber ich hab schon Videos gesehen, dass das ja nicht stimmt. Jetzt ist auch schon mal passiert, dass Erik von den Eingeborenen getötet worden ist. Das wahrscheinlich. Ja. La, la, la. Zwei Bäume. Und da kriegst du so viele Stämme raus. Krass. So, wie gesagt, ich würde den oben so ein bisschen haben, so, dass er eben halt der erste Drehling und Schutz ein Kabin-Fallschutz soll da hin vorne und dann müssen wir ja langsam auch mal die Wände anfangen, weil, so zuzumachen. Keine Ahnung. Für mich irgendwie beobachtet. Ja, bald beobachtet. Ah, siehste, könnte ich ja eigentlich nicht... Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Vielleicht haben sie ja schon wieder ein bisschen Munition geliefert oder so. Wenn wir schon mal hier sind. Nö, aber eine Coke oder was zum Trinken. Burger-Zeug, das hätten wir letztes Mal auch, wie gesagt, nutzen können, aber... Hat nutzt mir das. Hallo? Hä? Oh, nee. Ich wollte gerade sagen, da hängt er wieder fest. Der Kabin. Hat er einen Hänger. Hier ist ja bloß Dynamit drin. Schade. Und eine Granate. Und ein Pilz. Und eine Ente. Die Enten. Enton? Warte, ist das nicht der Angriff, der Killer- Viehzeug- flügelmäßig oder was? Oder wie? Jo, jo. So. Na denn. Gucke mal. Naja, gut. Ich hab mir extra mehrere so gemacht, dass ich das nehmen. Naja, gut. Funktioniert nie so ganz. Wie ich das gedacht hab. Aber gut. So komm ich wenigstens hier hoch. Hat ja auch was. Was er. Sorry, Musik machen. Also ich find die Tür in der wie gesagt doof, dass du den Schaden ausstellen musst, dass das Tier nicht kaputt gemacht wird. Also Beschädigung. Logisch, aber man muss es nicht übertreiben. No, no, no. Lassen Sie uns hoch. Was soll das? Seid ihr mal jetzt? Solange ich was sehe, die Beleuchtung machen wir. Das macht Sinn. Ein Dunkeln ist auch scheiße. Warten Sie mal. Wie gesagt, ich brauche die Kabelse. Weil mit Kabelse kann ich die hier verbinden. So. Da hat man eine Verbindung und da kann man ein Licht machen. das reicht. Das reicht natürlich nicht. Verbindungstechnischerweise. Scheißendreck. Da fehlt noch was. Muss ich nachher nochmal rüber jeden Kabel holen. Oder Moment mal, vielleicht haben sie ja Kabelse mitgeschickt. Wie ist man ja nicht. Und? Ah, siehste. Nette Dudes. Also, ja zweimal. Sehr nice. So zweimal noch nicht komplett reichen, aber kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Hä? Ich habe doch zwei hier bekommen. Wie gedacht. War wohl eine Täuschung. Was war enttäuschend? Ich brauche Wasser. Naja, gut. Ich brauche ja bloß bis dahin hin und dann habe ich ja wieder Kabelse. Kabelse. Du hast gar nicht getrunken, Junge. Also mach auch keine Trinkgeräuche. Also, hat er eben nicht gemacht, ja. So, weiter geht's an die Front hier des Heuzes. Wegens. Das sollte er eigentlich jetzt machen, wa? Solange es helft, sollte ich mal kurz rüber hier ein Kabel holen. Äh, sollte ich eigentlich machen, wa? Und ihr könnt eigentlich schon mal hier auch X-Warn-E-So-Filler, aber ich kann sie erstmal hier hinpacken, wa? Na? Na? Ich kann's auch hin. Sturro, aber man müsste es wirklich irgendwie anschließen können, so dass er in die Wischkriegen. Das wäre nice. Das wäre ja schockierend, wenn das funktionieren würde. So, wir gehen mal kurz, da hinten ist auch nur so ein Gefährt-Dings. Ich geh mal ein bisschen Kabel holen. Dann können wir uns was binden. Mit den Kabel. Quasi Kabelbinder. Spitzenwitz. Warten Sie mal, ich sollte mal eine Bewaffnung nehmen, ne? Pieks. Pieks. Ist der direkt vor unsere Nase hin, ne? Jetzt sind die blöden Dudes ja auch, weil er da war. Auch will er geil. Hier ist ja nichts gewesen. Und eigentlich müsste hier alle da sein. Genau. So. Ich mach mal Funzel, Mann und Söhne. Ah, von Fein mache ich genau dieselben Geräusche wie hier, Moby Dick. Naja, du mich auch. Ich brauche nur ein paar Kabel. War das nicht so schlimm? Bisschen Speck. Kann ich auch gleich mitnehmen. Hallo. Ja, siehst du, meine Dings, Nahrungsquellenhalterung. Eigentlich bräuchte ich mir nie Nahrung holen, was? Ich hab alle da. Ach nee, wir sind ja hier. Stimmt, nahrungstechnischerweise war sowas ja ja nicht. Kabel Binsen. Binsen. Da bin ich ja falsch. Verdammt. Ich hab gedacht, so was kriegst du hier hoch. Obwohl, hier könnte es, ja doch, hier kriegst du doch sowas. Booth vorsichtig sein. Booth vorsichtig sein. Ha! Haben wir schon. Haben wir schon. Ob der Kelvin, nee, Waffen kannst du ja generell ihm nicht in die Hand drücken. Das wäre cool, wenn du ihm so in die Hand drücken könntest. Moment mal. Es ist immer besser, Sachen auszuleuchten. Wie gesagt, die Bibis müssten ja trotzdem da sein. Und Mr. Dude. Oder auch nicht. Batterien? Druckerzeug? Noch mehr Druckerzeug? Hä? Hä? Ja, hier ist das Wasser. Hä? Wir hatten doch zwischenzeitlich mindestens eh mal Kabel gefunden gehabt. Oder hab ich das? Ich glaube, ich hab mir das eingebildet. Schauen wir mal. Und vor allen Dingen mich würde interessieren, ob die Doods da will auftauchen. Also rein theoretisch müssten sie es ja, ne? Rein theoretisch müsste das Wasser hier arschkalt sein. richtig richtig kalt. Oh, die sind nicht gespawnt. Respawnt. Spreche ich jetzt erstmal so in meinem Leichtsinn. Oh, neue Klamotten für Jen. für Fräulein Tongtong. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt nochmal hier auftauchen. Aber ich glaube, eh mal reicht. Peaks. Nee, labt mal gut Sinn. Toll. Tolle Karte. Oder ist ja alle zugewiesen? und hier ist ja nichts mehr. Alter, andere Musik, ganz anderes Spiel. Naja, hier kannst du ein Spiel haben. Ich glaube nicht, dass das ja respawned ist. So ziehen tust du natürlich mal wieder nichts. So eine Kacke aber auch. Warum haben sie das gemacht, dass sie das hier, dass sie das mit den Respawn hingekriegt haben? Das war bei dem letzten Update, ne? Weil normalerweise, wenn du eine Höhle verlassen hast oder so und Villarinnen sind die ja Villa gespawned gewesen. Das war immer so gewesen. Naja, ich hoffe mal, dass jetzt hier ich bin ja ein Gen vorbei gerannt oder so. habe ich ja immer jeden mitgenommen. Ich glaube, keine Überlebenden gelassen, wollte ich gerade sagen. Ja, ja, schieb, 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 schieb. Schieb dich selber. Ah, hier ist ja schon der Ausgang. Naja, ich habe neue Pfeile. Das ist ja auch was. Das ist nicht das, was wir haben wollten. Gut, aber ist nicht so schlimm. Warte mal, wo ist die nächste Hülle gewesen? Ist die hier in der Nähe? Was ist das da? Doch da unten, da vielleicht an der Küste. Vor allen Dingen kriegen wir da Munition. Schön, dass ich das heute gesammelt habe und eigentlich bauen wollte. Und jetzt bin ich hier schon wieder auf Touren. Naja, Touren ist ein bisschen übertrieben. Wanderschaft. Halb so wild. Aber ich glaube, so nach und nach werden wirklich die Kannibalen ausgerottet, oder? Weil wie gesagt, die ganzen Dörfer werden mit diesen Schleimen bezogen. Hat uns letztes Mal so viel Feindes. Na, Grafikfehler, was war das eben? Was soll das eben? Und das war ja vorher nicht so gewesen, siehst du? Und die laufen jetzt nämlich hoch hier vorne rum. Einzünder. Schleifenderweise. Normalerweise dürften die das nicht mitkreieren. Ja, die sind ja blind. Na, du. In den Rachen. Einzünder. Was machst denn du hier? Verbereitungen? Verbereitungen werden hier nicht geduldet. Ich meine, Populationen ein bisschen hier so Einhalt hier bieten. Pass auf, gleich kommt die in die Rache. Wut? Womit mal? Wir mischen miteinander reden. Hier müsste ja eigentlich auch noch die Pärchen liegen, ne? da war ja auch Gott. Warte, waren bloß Seile und so, ne? Ja. Alter, was war damals mal am Anfang? Ich hab keine Seile, ich hab keine Seile. Und jetzt auf eh mal so. Ich hab so viele Seile. Seilbacher, oder was? Gut, na denn. Ab in die Höhle. Nö, erst mal da vorne am Strand. Da haben wir ja auch noch Munition. Da müsste Munition sein. da vorne an der Ecke und dann in die Höhle. Wo kam die Höhle zuerst? Die Höhle kam zuerst, ne? Oh mein Gott. Ich will mal was essen vorher. Und ich sollte die Mollys nutzen. Aber hier ist das immer wieder. haben wir gleich. Achso, das war schon. Gut. Haben wir durch. So, da kann ich die nicht hochgrennen gleich hier so. Äh, was haben wir denn noch nicht? Brauch ich nicht, dann mach ich das auf drei. So. Dann täten wir das auch haben. So, genau hier war das nämlich. Dann müssen wir noch da hinten ran. Ja, ist doch gut. Gut, dann speichern wir nochmal schnell. Und wie ist ja nicht. Vielleicht ist es ohne Wiederkehr. da ist jetzt ohne Laptop. Ihr sagt, das ist das Neueste da. Oh, das brauche ich auf jeden Fall. Das nehme ich. Nicht mit. Brauche ich nicht. Hier ist doch gut. Wir haben es doch in den Samen. Wahrscheinlich machst du da das Tor. Das Tor, wo wir nicht reingekommen sind, vielleicht machst du das so dadurch erst auf. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Was ist da los? Schauen Sie mal hier keine Randale. Ich habe leicht reden. Oh, wo sind sie? Da sind Batmans. Ey, Junge, kasse diese Viecher. Volle Möhre. Hasse ich die. Mag die nicht. Oh, ich war letztes Mal hier gewesen und dann waren sie da hinten. Mann. Bloß eine Stalaktite oder wie man das heißt. Äh, nennt. Hat mir da jemanden eingebildet? Das war eine Einbildung. Ashtabat für uns. Nein, scheint nicht. Da sind sie. Leg mal, will er hier hin? Gut, das ist natürlich richtig nice. Äh. Ne? Ne, ne. Das war so nicht geplant. Hä? Konnt ihr jetzt gerade nicht? Ich habe doch nachgeladen gehabt. Gut, wir haben ja Zeit. Ey, ne, bleib. Ach mein, du warst doch gerade perfekt. Uh. Gut, dann machen wir zu. Na, der ist aber noch nie tot, wa? Uah. Na, sind's vier. Nicht so gut. Gut, wir haben sie alle beide. War aber noch nie so gut. Und, äh, ich sollte Lebensenergie nehmen. Wenn sie, auch bevor er mich, äh, aus dem Leben klatschen tut. Wenn geht, kriegt er noch? Wir machen das so. Das müsste reichen. Ja, es hat gereicht. eindeutig ist, ja. Nee, nee. Ah, das war so nicht geplant, aber den hat's auch zerledert. So, könnte ich jetzt eure Haut haben? Weil die wär mir sehr, sehr wichtig. Weil ich wollte ja die Munition nicht ver, verballern. also, noch nicht so. Hallo? Ja. Wollte gerade sagen, dürfte ich mal hier auch wieder zurück? Ich bin ein wenig übervorsichtig, ich weiß. Aber, wenn ich was gelernt habe, dass sie kacke sind. Hab ich jetzt alle erwischt? Nein, noch nicht alle. Da ist noch ein Blinder. die sind ja leicht. Die kriegst du leicht weg. Gar kein Problem. Hallo? Äh. Die kriegst du schön leicht weg. Komischerweise. Ja. 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 So. Alter, dabei wollte ich nur Munition. Warum müssen die das immer so kompliziert machen? Lass ich meine Fälle wieder haben? Danke. Ich arbeite nämlich erst seit kurzem wieder. Ja. Ah, da passt noch was. Da gibt noch was. Na gut, hat ja keiner gesagt, dass die einfach wären, war die Höhen. Ja. So, jetzt haben wir eh mal da lang und eh mal da lang. Das ist das, was wir freigespringt hatten damals, ne? Würde ich jetzt erst mal sagen. Aber ich will ja erst mal da unten hin. Oh, da war Fisch. Fisch auf den Tisch. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier noch Dudes? Nee, hier haben wir schon mal Wasser. Und ich habe Hunger. Schon wieder. hoffe, dass ich rechtzeitig nach Hause komme, um das Zeug da aufzulegen. Hm, nichts. So, wo sind die jetzt? Nächsten. Ich habe mir das total nicht gemerkt, wo die stehen, Weil meistens sind es immer gleich. Ach ja. Hm. Gut, ich habe aber auch da noch was zum Schreiben. Ach, hier ist ja mit den Haien. Ja, mit den Hai. Plup. Kann ich ja trotzdem erst mal abspeichern, wa? Ähm, dafür sind ja da. Weil die Lederhaut, die wir jetzt haben, die möchte ich gerne behalten. Siehst du, nehme ich auch mal gleich mit. Ey, ich bin doch eigentlich bloß wegen Kabel hier unterwegs. Und wegen Munition. Aber bis jetzt, Kabel, Munition, nix. Nix da. Oder für Nahrung. Wo ist denn der Hai? Wir könnten jetzt unterirdisch weiter, aber wir könnten auch da hinten weiter. Kabel hier will er zurück. Würde gerne. Äh, die hat alles. Nur eine kleine Bergsecke. Ah, da waren zwei da, ne? so ein Spinnvieh war um die Decke. geht schon mal nicht weiter. da war so ein Spinnvieh und Babys waren da gewesen. Das glaube ich weiß ich noch. Ja, ja. Hier war nämlich das eh neue Wurmvieh drinne, aber wegsprengen mussten. Ich weiß immer noch nicht, ob hier Munition oder so drinne war. Äh, ich meinte, ich habe jetzt so ein drastliche Munition. Also, ich hatte wirklich ein Copy-Up, das war, diese eh eine große Höhle hatten hier mit ganz viele Viecher und im Lachbogen in der Mitte sehr, sehr viel Munition. Da täte gerade in meinem Kopf sein gewesen, aber außer Spesen nichts gewesen. Kann ich auch hier. Geht auch. Licht und Molli ist der Pastor. Ich bin eine Feuerquelle hier. Na, das ist ja mal richtig geil. Ah, das bewegt sich. Aber jetzt bewegen wir uns, jetzt müsste sich das Vieh bewegen. Die Mollis muss der Hansel mit Feuer zurecht. Die Täter sonst nicht. Dazu brauchst du nämlich die Täter. Oh, und die drei. Achso, ey. Warum haben sie nicht O-Buff-Effi gemacht? Brennt wir doch nicht, wa? Aha. Die Binde an sich gegenseitig. Aber Sprengungen funktionieren besser. Ja, Feuer funktioniert mehr. Äh, nicht so mehr wie Sprengung. Oh, du glaubst mir keine Rüstung. Wo gibst mir mal deine Rüstung. Wenn man das der nicht auftaucht. Meine Rüstung. Es ist verbrutzelt. Mitsamter Rüstung. Sauerei. Ey, aber die sind. Na? Hast du die Bienen nach oben? Das ist schwierig, hierzu. Ah, der hat da das Messer in die steckt, da wo keine Sonne scheint. Naja, gut, was willst du machen? Na, du Arsch, Gesicht. Eigentlich nicht. Fingergesicht. Trifftet eher, aber es lebt nicht mehr. So. Boah, ich wollte jetzt gerade da rein. Ich wollte jetzt hier diese Rummi-Steuere. So. Gut, so ähnlich wie er mal plattgekriegt. Also, ich hatte aber eine Kopie ab, dass es hier so ein Speiter wie ist. So kann man sich täuschen. Gut, brauche es auch ja nicht. Ich habe gedacht, es ist mit nachgezündet. Es ist schon da. Ich hoffe mal, dass es jetzt hier nicht kommt. Was braucht der noch? Eine Batterie. Ach, und Kabeldings. Gut. Halt mal fest. Das war doof. Gut. Feuer. Äh, die drei. Lunde, lunden. Und hoffen, dass man das rechtzeitig sieht. Gut, jetzt sieht man das mehr. Alles nice. Immer noch nie? Warten Sie mal kurz. Ich habe hier gerade ein leichtes Feuerproblem. Leben. So. Gut, jetzt brennt aber. Naja. Ne, tu doch nicht. Duft ich da eine Haut haben? Was mir was gekostet. Der hat aber ganz schön fliegekostet. Was sag ich doch? Munition. Das ist das, was ich in den Kopf hatte. Aber ich glaube nicht, war das Einzige. War nicht das Einzige. So, warten Sie mal. Achso. Das war ja die vier. Erstmal hier. Achso. Ist ja noch voll. Du, denn der nimmt halt doch nicht. Achja, was soll's. Immer auf jeden Schlag. Dann haben wir uns das erstmal gespart. Hä? Du bist tot. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Das ist eine sehr, sehr große Höhle. Das hat fast vergessen. Womit mal da. Das habe ich ja raus, die Zwille genommen. Da war ja die, die Zwille, ich glaube ja. Das war alles? Mehr ist hier ja nicht. Ich glaube, das war alles. gut, aber ich habe jetzt auch Villa Munition. La Munition. Äh. So. Nur für die falsche Knarre. Das war ein Villa-Typisch. Ich habe gedacht, ich habe jetzt auch für die Villa-Knifften-Mudi. Ich habe noch nicht mal Kabel bekommen. Und das ist eigentlich, warum ich unterwegs bin, weil ich ja eigentlich bei uns ein bisschen die Sache beleuchten wollte. Hat mal wieder sehr, sehr gut funktioniert. Fällt denn überhaupt für Munition eigentlich sammelt? Achso, Flinten-Mudition. Ein bisschen Betäubung. 9mm habe ich da Villa-Wert. Äh. Und was haben wir denn hier so alles? Das habe ich noch nicht. Das habe ich auch noch nicht ausgestattet. Das ist die 6. Das habe ich rausgenommen. Ich muss mal Villa-Wert neue sortieren hier. Hä? Das war doch die 2. Ach, nee. Die habe ich doch auf 2. Das war doch die Axt. Naja, gut. Dann machen wir alle wieder um. Stapien. Das war auf jeden Fall die 7. Das war zwar der Reparierhammer. Das müssen wir umändern. Wenn ich einen brauche. werden die so wild. Können die denn auch mal nachladen, wa? Jetzt ist es nicht so, dass ich die jetzt nehmen will, aber man weiß ja nie. Ich habe auch noch hier lang. Stimmt ja. gut. Hat sich auch hier lohnt. War nicht. Was haben wir denn eigentlich auf 1? Ach, ist ja eigentlich egal. Wirklich auf 1. gut, man sollte daran ziehen, wa? Gut. Dann kannst du eben halt besser zielen, ne? Hätte man machen können, wa? Und ich kann jetzt ja auch vielleicht ja einsammeln. Aber wie ist denn das jetzt, wenn ich das Licht rausmache? so hell ist es aber auch nicht, ne? Naja. Juh, du sparst ein bisschen Licht hier. Jetzt nicht, dass ich das jetzt bräuchte. Aber wenn du was einsammeln willst, dann ist das schwierig, finde ich. da bringt die Lampe jetzt mehr. Logischerweise. Nix, nix, nix. Äh. Zwitscher, zwitscher. Gut, das war's gewesen. Naja, gut. Ein bisschen Munition gekriegt. Auch nie so verkehrt. Naja. Ich sollte ja auch ab und zu mal wieder hier die Höhen erkundigen. Gegen Munition. Und nach und nach machen wir das ja. Und so wie es aussieht, muss ich das so oder so machen. In die Computer. Also. Stimmt das also doch, dass, wie gesagt, vorher hatten wir immer eine Karte gehabt. Dann konntest du die aufmachen. Das werden sie jetzt wohl durch die Rechner ersetzt haben, dass sie die Rechner jetzt machen muss oder so. Die Frage ist, wie viel? Stand ja noch da oder so, ne? Dass du irgendwas öffnen tust oder so. Ah, das wäre immer gut, wenn man... Ach, da ist einer. Wenn man sich bei so nur Sachen erkundigt. Das ist nicht einer, das ist mehrere. Eine ganze Truppe. Und ich habe nicht einen Einzelnen davon erwischt. du willst mich verarschen. Gut. Man muss wissen, wenn man auch hören sollte. Die ganze Küste ist voll. Da ist einer, da ist auch einer. Da nehme ich doch lieber aus den Hai. Vielleicht ist Haiflisch, Fischsuppe oder so. Keine Ahnung. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch. Ich sehe noch nicht. Naja, gut. Das ist so eine kleine Trüffelhorde. Hier ist nur einer noch. Aber so ein Fingerdud. Es würde mich mal interessieren, ob die auch denn am Tage da rumlaufen. Und ich wollte jetzt mir da die Munition holen. Muss ich wohl verschieben auf den Tag. Hat es mir sicherer, wenn ich das sehe, wo ich hin hier. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich nach oben komme. Was ist noch hin? Na? Nee, ist noch nie down. Schmerz. Verzückt. Jetzt ist es tot. Hallo? Ein wenig Haut darf sein. Sie zeigen Haut. Da ist Calvin. Und der kommt natürlich von der Richtung. Ich wusste doch, die stecken unter den Händerdecke. Gibt mal, der läuft auch ganz komisch. Hallo? 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 Und noch ein Einzug. Den habe ich schon mal. Gerade Inventar voll oder Inventar voll, weil ich was anderes aufgesammelt habe. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind da. Ich muss da hin. Ich muss die ganze Folge im Schluss wie ich das gehört. innen waren wir. Aber dann hat sich irgendetwas angehört, als ob wir da hier so ein Finger-Dude. Das wird hell. Gleich sehen wir mehr was auch umsingelt von diesen vier tot. Es hat so eine kleine Wandertour in der Nacht in der Nacht durch den dunklen Wald. Habt ihr das auch schon mal gemacht? So eine Wandertour abends nachts durch den Wald? Ich habe schon mal gezeltet. Im Dunkeln. Wo sind wir denn jetzt? Ich bin schon wieder. Hallo, ihr. Ja, du. Ich weiß. Ihr seid nicht so amused, dass hier fremde Leute hier bist du runtergefallen oder was? Na, du bist ja mal doof. Solange ich hier nicht sehe ist aber nicht das Dorf, ne? Ich habe jetzt gerade überlegt, ob das Dorf ist hier wo in der Mitte. Ne, ist es doch. Mhm. Leg dich nicht mit mir an, Junge. Oh, er hat angefangen. Doh. Komm runter. Ich renne jetzt hier durch. Erzeichnet Juten Willens. Stürme ich erst mal das Dorf. Ich warne dich. Ich habe eine Waffe. Ich bin bloß die zu blöd zum finden. Oh. Ich habe die doch markiert gehabt. Hä? Hä? Überlegt ihr das? Bin gefährlich. Ich will aber jetzt ja doch noch mal ein Dorf rennen, um zu schauen. Wow. Der ist aber an überlegen, ob er was machen tut. Und sein. Oberboss ist nie da. Jetzt sind die auch noch da. Hä? Äh. Ja. Ich habe immer gedacht, das sind zwei verschiedene Clans oder so. Ich würde aber gerne an die Linksrinder sind bestimmt Kabelze. Er ist umgefallen. Ey, das ist bestimmt ja nicht so verkehrt. Das ist bestimmt da ist der geile Scheiß drin. Und solange Erwin hier nicht ist, sollte ich vielleicht mal versuchen. Na? die tauchen eh gleich auf. Und wie gesagt, ich habe ihn braucht Kabel. aber hier ist nur Schnur. Was ist denn das für ein Scheiß? jetzt? Hat sich hier lohnt? Ich lasse euch mal alle alleine. Jeder so wie er will, war also ja, ihr müsst schon wissen, was er macht. Ah ja, gut. Brauche ich den doch nicht. Hier sind die Motorräder. Ah. Gut, hat sich jetzt nicht so gelohnt. Munition hätte ich mir sparen können. Naja, Fronten sind geklärt, ich lasse euch alleine. Alles gut. Ich habe gesagt, alles gut. Kontrolle ist das da. Ich hätte mir mal so ein Ding nehmen sollen, was? Zum Fahren. Das hätte bestimmt uns die Sache ein bisschen einfacher gemacht. Ach so, das ist das Dorf. Ja, oben in der Ecke bei uns. Ich hoffe nicht, dass sie nachtragend sind. Das waren doch bloß eins wie drei Kannibalen. Ja, aber wie ihr sagt, ich habe jetzt gedacht, dass da ein bisschen mehr was abfallen tut. was ist denn hier? Hm? Munition! Was ist denn da? Ich habe gerade was ähnliches. Stimmt irgendwas wichtig. Und ich habe es wieder übersehen. Stimmt irgendwas für die Knifte oder so. Gehen wir noch richtig? Nee, natürlich nicht. Ist da rüber. Ich kann mich ja nicht dran. Gut, ich bin gerade zu nach uns gelaufen immer. Hä, so ein... Jetzt das erste Mal, dass wir den dood sehen. Hallo. Alle so schön neu. Weil die sind hier so schön viele Bäume. Wie kann das denn sein? Und das bei uns in der Nähe. Das kann ja mal überhaupt nie sein. Ich sei mir auch fernzuhof zu drehen. Soll dick. Und außerdem hier ist ein Punkt. Ja. Ja. Ist das der Punkt? Ja, das ist der Punkt. Da brauche ich nicht nochmal reden. Also Nahrung haben wir. Kabel haben wir jetzt auch. Kann ich Lampen anbauen. Na, ich soll das verwalten. Ein paar Zombies. Eine Stunde rumdädern. Kabel zu. Gut handen. Wollt ihr alles ja habt. Aber schön ist es auch Willa war wenn du nach Hause kommst. Bekannte Strukturen erkennst. Ich glaube ich muss also wenn ich nicht jedes Mal hier Kilometer weit laufen will müsste ich hier mal Willa so ein Reset machen. Ja, jetzt gleich noch nicht aber aber könnte bald Willa passieren. Würde ich spannen auch bis dahinten eine Schnurin. Das geht noch. Weil das habe ich die ganze Zeit so gemacht. Ich habe dann hier und dann habe ich rausgefunden dass du eben haltet hier nicht machen sollst weil Scherzykowski und so Holz naja und wie gesagt muss ich auch noch festgemacht werden und dann wie gesagt habe ich überlegt ob ich hier nicht auch noch so ein kleines Däch klein rüber baue aber denn ist hier auch will den das ist wenn man so überlegt und dann baut und dann alles wieder um modelt das kann weiter gehen es wäre so bitter wenn das jetzt hier nicht gereicht hätte so Alemschen müsste eigentlich jetzt funktionieren gut ich muss das aber dann per erhöhung anschalten naja so ganz wichtig jetzt erstmal nach Hause kommen und abspeichern das ist ganz wichtig weil wie gesagt hier das machen wir erst wenn wir das Zeug aufjagen haben ich habe mir schon ein oder zweimal auf den Arsch gesetzt nicht so gut ist noch gut ist alles noch gut jetzt können wir jetzt können wir abspeichern zu ist ausgezeichnet na gut Leute ich hoffe euch hat das gefallen und ich hoffe wir sehen uns morgen wieder ja morgen ist wirklich bauen angesagt weil wie gesagt so ein bisschen rumdeinern ist zwar schön und jut aber das macht sicher hier nichts und wie gesagt ich muss jetzt die wände nur rein ziehen decke ist ja auch fast fertig das licht ist ja dann auch da ist dann nur die brücke und wie gesagt ich will das rüber ziehen eventuell in sommer werden wir nicht schaffen aber ich muss ja hier noch den Boden reinziehen die dächer muss ich noch machen und so das wird nur irgendwie sie können dauern aber das kriegen wir alles hin also bis denn ich bin raus schü Vielen Dank.